Auf meinem Kanal haben wir uns ja schon öfter mit den sogenannten QNED-TVs aus dem Hause AGs beschäftigt. Vor allem in der Generation 2023 haben wir uns bereits Modelle unterschiedlichster Preisklassen angeschaut, nur eine Preisklasse haben wir dabei bisher komplett außen vor gelassen, und zwar die BG-Klasse. Um dies zu ändern, habe ich für euch, und so wie ihr es euch auch gewünscht habt, den AG QNED 756R in 55 Zoll organisiert. Mit seinem gut 650 bis 700 Euro Straßenpreis gehört er schon zu den günstigen QNED-TVs, aber auch gemessen an seiner Ausstattung wiederum nicht unbedingt zu jenen Modellen mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. So rein anhand des Datenblattes. Denn mit nur 4K, 60Hz, keinem Dolby Vision, keiner VR, als auch natürlich kein Hardemy 2.1, bietet er nur die komplette Grundausstattung. In diesem Video möchte ich unter anderem die Frage beantworten, wie viel QNED-TV bekommen wir in dieser Preisklasse und kann er sich rein B-technisch gegenüber dem fast gleich teuren TCL Coolmach B behaupten, welcher hier in Sachen Ausstattung den QNED 756RA jetzt schon ganz locker in die Tasche steckt. Ja und somit grüße ich euch zu einem neuen Review Video hier auf meinem Kanal. Achja, wenn euch das gefällt und ihr meinen selbstfinanzierten Kanal kostenlos unterstützen wollt, dann vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben zu geben, das Video zu teilen und einen kleinen oder großen Kommentar zu hinterlassen. Das bringt diesem Projekt ungemein viel und ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. Der AG QNED 756RA ist durch meinen bekannten Testparcours gelaufen, musste sich dabei anspruchsvollen Filmsessions, aber auch anspruchsvollen Gamingrunden mit einer Xbox Series 6 und Playstation 5 stellen. Konnte mich der QNED 756RA wirklich überzeugen? Dies erfahrt ihr nun in diesem Video und somit würde ich sagen, ihr lehnt euch wieder zurück und ich lege los. Beginnen wir mit den technischen Daten. Für das leichtere Verständnis werde ich den TV nun fortlaufend als QNED 75 bezeichnen, QNED 756RA ist jedoch etwas sehr kryptisch. Okay, der QNED 75 ist erhältlich in 43, 50, 55, 65 und 75 Zoll. Jeweils mit einem Ultra HD Quantum Edge LED Panel, welches eine Bildwiederholungsfrequenz von 60Hz in Ultra HD bietet. Für dieses Video habe ich die 55 Zoll Variante getestet. Das Panel selber setzt nachweislich und das ist für LG im LED Bereich mehr als untypisch, statt auf die IPS auf die VA Display Technik. Was für die Anwendung als Fernseher mehr als förderlich ist und dem QNED 75 somit einige unerwartete Schmankerl eröffnet. Garniert wird das Ganze mit Firma HDMI 2.0b für bis zu 60Hz bei Ultra HD. Prozessorseitig verbeutet AG den Alpha 5 Gen 6 Chip, das kleinste SoC aus der Alpha Serie von AG. Darüber hinaus bietet der QNED 75 die Unterstützung für HDR10 als auch HLG. Dolby Vision bringt der kleine QNED nicht mit. Softwareseitig setzt AG verständlicherweise auf das eigene WebRest 23. Machen wir weiter mit der Verarbeitung. Ich muss sagen, dass sich mein erster Eindruck aus dem Tech-Impression-Video nun bestätigt. Die Verarbeitungsqualität des QNED 75 macht wirklich einen sehr guten Eindruck, vor allem mit Bezug auf die Preisklasse. Anders als beim nächst größeren Modell, dem QNED 82, weist der 75er tatsächlich einen Metallkorpus auf, was in TV natürlich erstmal wertiger als auch stabiler auftreten lässt. Auch der Displayrahmen ist soweit solide, auch wenn dieser aus eher weicherem Kunststoff besteht und somit für Kratzer anfällig ist. Ansonsten ist die Pendel-Einfassung aber erstklassig, so wie wir es von AG gewohnt sind. Die Standfüße setzen den Eindruck der Verarbeitung fort und kommen ebenfalls aus Metall sowie Kunststoff daher. Die Standfüße sind dabei sehr stabil als auch einfach zu montieren. Unter dem Strich muss sich der QNED 75 in Sachen Verarbeitung keine Blöße geben. Als Fernbedienung lächelt uns die bekannte Magic Remote hingegen, welche schon die letzten Jahre am Start war. Gleiche Größe, gleiche Verarbeitung und auch das gleiche Gewicht. Lediglich die Tasten bzw. dessen Druckpunkt wurde überarbeitet und fühlt sich nun deutlich direkter und fester an. Ansonsten mietet auch die Magic Remote des QNED 75 das gleiche eingenehme Bedienerlebnis wie bei den letzten Generationen der LG QNED TVs. Werfen wir nun einen Blick auf das Betriebssystem WebOS 23. Es wirkt im Verhältnis zu den anderen QNED TVs jetzt nicht großartig anders. Das gleiche aufgeräumte Design. Auch das Einstellungsmenü erstreit weiterhin in einem schlichten Grau mit weißer Schrift. Mit WebOS 23 hat das Dropdown-Menü ein komplettes Facelifting erfahren und kommt nun viel flexibler und individueller daher. Ansonsten ist die Performance im Vergleich zu den höheren LG-Modellen spürbar langsamerer. Menüs, Apps und Co. starten sichtbar langsamer als bei LG-TVs mit einem Alpha 7 oder Alpha 9 SoC. Die Geschwindigkeit ist dabei noch im Rahmen des Erträglichen und fällt wirklich nur dann auf, wenn einem der Unterschied bewusst ist. Ansonsten bietet der QNED 75 natürlich auch den Spieloptimierer, aber darauf gehe ich hin zu einem späteren Zeitpunkt des Videos ein. Auf jeden Fall bietet der TV auch den Zugriff auf den Filmmaker-Mode, muss aber auf die Verarbeitung von DTS-Signalen verzichten, als auch fehlt ihm der personalisierte Bildassistent der höheren LG-TVs, auch wenn er GDs auf der Webseite mit großen Werbebannern anpreist. Fairerweise kann dem Datenblatt entnommen werden, das dem so nicht ist, dennoch alles andere als vertrauenserweckend. Das wohl Interessanteste an diesem Video kommt jetzt, das Thema Bildqualität. Die Bildqualität habe ich bewertet mit speziellen Testbildern, aber auch mit klassischen Filmen und natürlich beim Gaming. Der Filmmaker-Mode als auch der Spieloptimierer kamen dabei zum Einsatz und dies nach Norm eingestellt. Seitens der Firmware habe ich den TV mit der Firmware-Version 03.30.86 getestet. Ich würde sagen, schauen wir nun mal, wie sich der QNED 75 behaupten kann. Starten wir wie immer mit der Darstellung von Details in dunklen Bildbereichen, vielleicht auch bekannt als Near-Black-Performance oder auch Blackwash. Die Near-Black-Darstellung ist meist die erste Achillesferse. Wie sieht dies beim QNED 75 aus? Ja, was soll ich sagen, außer überraschend gut für einen LED-TV aus dem Hauser EGs und vor allem in dieser Preisklasse. Dies beziehe ich aber hauptsächlich auf den Schwarzwert. Dieser ist dank des verbauten VR-Panels sichtbar besser als jene der QNED-TVs mit dem sonst typischen IPS-Panel. Wirklich sehr gut. Seitens der genauen Near-Black-Leistung liefert uns der QNED 75 hier eine schwarze Detail-Darstellung ab einem Graulabel von gut 84. Dies egal, ob das Locadimming nun auf Aus- oder auf maximaler Stärke konfiguriert ist. 84 ist ein solider Wert, wobei hier durchaus mehr hätte drin sein können, vor allem wenn ich dies mit dem TCL QM8B vergleiche, welcher hier schon ab 68 loslegt. Jedenfalls kann sich die Near-Black-Leistung soweit sehen lassen, vor allem der Schwarzwert hat mich hier sehr überrascht. Weiter geht es mit dem Thema Helligkeit. In meinem Test hat der QNED 75 im Filmmaker-Mode eine HDR-Spitznehrlichkeit von knapp 550 Nits im 10%-Testbild als auch gut 600 Nits im Realbild-Szenario erreicht. Nun, um es kurz zu machen, die Lichtleistung kann, wenn überhaupt, als ausreichend bezeichnet werden. Mit 600 Nits ist er für einen LED-TV schlichtweg zu dunkel, um HD-Einhalte in ihrer Pracht wirklich nachvollziehbar darstellen zu können. Dies wird dann in einem 1%-Testfenster bestätigt, dort sinkt die Lichtleistung auf gut 440 Nits. Was zwar immer noch im Rahmen von HDR ist, den QNED 75 aber feine kleine HDR-Highlights nicht korrekte darstellen lässt und er diese zu dunkel abbildet. Bei dunklen Szenen kommt ihm dann noch seine Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung in die Quere, was natürlich dann dafür sorgt, dass feine HDR-Highlights nur noch kontrastlos wirken, als auch das gesamte Bild gräulich und flach daherkommt. Trotz des guten Schwarzwertes an sich. Edge-LED ist hier einfach am Limit. Schauen wir uns nun das Dynamic Tor Mapping an. Hier hat mich sehr interessiert, wie sich das Dynamic Tor Mapping bei HD-Enthalten verhält, welches überhalb der maximalen Lichtperformance des Edge-LED-Panels agiert. Da hat mein Test ergeben, dass der QNED 75 bei Materialien, welche eine harde Spitzenerlichkeit von mehr als 1500 Nits bieten, papierweiße Inhalte ausbrennen lässt und somit die HDR-Details in einem HDR-Clipping untergehen. Jo, was soll ich sagen, das ist eine brauchbare Performance und somit kann der kleine QNED zumindest bei vollflächigen, hellen HD-Enthalten, welche bis ca. 1500 Nits gemastert sind, nachvollziehbar abbilden, auch wenn das Bild dadurch nicht heller wird. Dennoch sind die Kontrastabstufungen sichtbar. Dies ist aber auch nur dann wahrnehmbar, wenn der TV in einem abgedunkelten Raum betrieben wird. Bei Tageslicht kann auch ein Dynamic Tor Mapping an der schlechten HDR-Performance nichts mehr retten. Machen wir weiter mit der Farbdarstellung. Hier habe ich den QNED 75 auf seine Farbperformance im BT-709 und BT-2020 Farbraum überprüft. Beginnen wir nun mit dem Filmmaker-Mode im BT-709 Farbraum. Nun, da hat sich mein Eindruck seit dem Tech-Impression-Video nicht groß geändert. Der QNED 75 fährt im SDR-Betrieb eine sehr rötlich-grünliche Darstellung. Mit satten 15% mehr Rot und Grün im Vergleich zum Blau, welches irgendwo bei 75% rumdümpelt. Zwar ist das Rot und Grün sehr gut abgestimmt, so sorgt die sehr aggressive Blausenke für ein recht langweiliges Bild. Dies lässt das Bild an sich zu warm und undynamisch wirken. Auch die genaue Abbildung des BT-709-Farbraums gelingt dem kleinen QNED nicht wirklich, was die Farben teilweise etwas unsauber wirken lässt. Hinzu kommt ein Gamma-Wert von knapp 3, was mit 0.6 zu viel das Bild zusätzlich zu dunkel erscheinen lässt. Die zu rötlich-grünliche Darstellung kann aber mit einer Farbtemperatureinstellung vom warmen 25% eingedämmt werden, wodurch das Blaue entsprechend angehoben wird und das Bild somit sichtbar an Dynamik gewinnt. Weiter geht es im Filmmaker-Mode mit dem erweiterten Farbraum BT-2020. Und ja, was soll ich sagen, gleiches Spiel wie im SDR-Filmmaker-Mode. Ohne mich hier groß wiederholen zu wollen, liefert auch der HDR-Filmmaker-Mode eine viel zu rötlich-grünliche Darstellung und somit ein viel zu undynamisches und warmes Bild. Aber auch hier kann eine Farbtemperatureinstellung von warmen 25% entsprechende Abhilfe schaffen. Neben dem Filmmaker-Mode ist auch der Spiele-Modus sehr essentiell. Im klassischen SDR-Farbraum BT-709 liefert der QNED 75 hier, genauso wie im Filmmaker-Mode, eine sehr rot-grüne Abstimmung. Ich meine, das Rot ist vor allem im klaren Weiß mit gut 10% mehr im Vergleich zur Normlinie und gut 25% mehr im Vergleich zum Blau fernab jeder Vernunft und verzieht das Bild sichtbar in eine zu warme Darstellung. Aber auch hier kann eine Änderung der Farbtemperatureinstellung auf Kite 50 für Abhilfe sorgen. Somit liefert der QNED 75 auch im Spiele-Modus dann eine brauchbare Abstimmung, was aber natürlich fernab jeder Bewertung zu betrachten ist. Fakt ist, auch der Spiele-Modus ist out of the box nicht gut abgestimmt. Der Spiele-Modus im HDR-Farbraum BT-2020 wird jetzt nicht wirklich spannender. Nur noch hier weicht der QNED 75 merklich ab und liefert uns ein viel zu rötlich-grünliches Bild. Auch wenn dies nicht so extrem ausfällt und hier tatsächlich etwas besser abgestimmt ist. Dennoch muss ich auch an dieser Stelle sagen, dass das alles andere als vertretbar ist. Aber auch hier, mit einer cleveren Einstellung der Farbtemperatur kann dem Ganzen etwas entgegengewirkt werden. Wichtig ist, dass wir uns im Filmmaker-Mode noch die Warmweis-Darstellung gemäß der D65-Norm anschauen. Nun, es war zu erwarten, dass der QNED 75 im SDR- als auch HDR-Modus die 6500 Kelvin nicht mehr annähern trifft. Mit der rötlichen Durchzeichnung kommen wir auf einen Wert von gut 5800 Kelvin, was natürlich viel zu warm ist. Um ohne große Kalibierung auf gut 6500 Kelvin zu kommen, könnt ihr aber wie gesagt die Farbtemperatur von warm 50 auf warm 25 setzen. Damit springt der TV von 5800 auf gut 6500 bis 6600 Kelvin. Das nimmt die Wärme aus dem Bild und lässt das Ganze etwas dynamischer wirken. Abschließend müssen wir uns natürlich noch das Colorbending anschauen. Puh, hier zieht der QNED 75 leider alle Register. So ein Colorbending habe ich schon lange nicht mehr gesehen. 10-Bit-Inhalte als auch 8-Bit-Inhalte werden mit deutlich sichtbaren Farbhelligkeitsabstufungen abgebildet. Vor allem im Spiele-Modus eine sehr auffällige Anomalie. In puncto Farbdarstellung liefert der kleine QNED für mich jetzt keine großen Überraschungen, sei es jetzt wohl im positiven als auch negativen Sinne. LG-typisch wird wie bei jedem LED-TV der Marke eine viel zu rötlich-grünliche Darstellung gefahren, was bei Maßen förderlich sein kann, aber in dem Ausmaß kann ich nur sagen, dass die Farbdarstellung einfach gruselig ist. Etwas retten kann LG-Ds mit der sehr feinfühligen Anstellmöglichkeit der Farbtemperatur und der breiten Option zur Kalibrierung. Nur ob sich eine Farbkalibierung in diesem Preisbereich so rein wirtschaftlich lohnt, sei mal dahingestellt. Für preisbewusste Puristen ist der QNED 75 jedenfalls eine Katastrophe, alle anderen setzen die Farbtemperatur im Filmmaker-Mode auf Warm 25. Das Thema Bewegungsschärfe ist bei einem klassischen LED-LCD-TV kein zu unterschätzendes Thema. So auch beim QNED 75. Grundlegend kann gesagt werden, dass der QNED 75 eine sehr gute Bewegungsschärfe für einen LED-TV aufweist, wobei recht gut zu erkennen ist, dass er ein sehr weiches Bild liefert und vor allem bei schnellen Bewegungen leicht die Auflösung koaliert und zum Schlieren neigt. Jener Effekt ist aber deutlich schlichter als beim QNED 82.6, welcher hier mit seinem IPS-Panel jenen Effekt unweigerlich verstärkt. Da es sich bei dem QNED 75 um einen Edge-LED-TV handelt, müssen wir uns natürlich das Local-Dimming anschauen. Wie ihr es von mir gewohnt seid, kommt es ja immer gerade heraus. Ich frage mich hier ganz ehrlich, welches Local-Dimming? Ich meine, klar ist es schon zu erkennen, dass da ein Dimming läuft, aber dies ist so subtil, dass es kaum einen Unterschied macht und erklärt natürlich auch die magere Spitznelligkeit bei kleinen HD-Highlights. Für die entsprechende Spitznelligkeit für HDR braucht ihr natürlich das Local-Dimming, effektiv ist jenes aber eher erzierter als eine wirkliche Funktion. Machen wir weiter mit der Panel-Ausleuchtung und dem Clouding. Die Gesamtausleuchtung des Panels ist wiederum einmalige Spitze, zumindest bei meinen Test-Exemplaren. Ein wenig dunkler ist das Panel an den Rändern, aber dies fällt im Normalbetrieb so gut wie nie auf. Ebenfalls ein nicht so unerhältliches Thema ist natürlich die Blickwinkelstabilität. Welche bei OLED-TVs komplett nebensächlich ist, ist beim LED-LCD-TV umso interessanter. Hier muss ich sagen, dass mir die Blickwinkelstabilität schon ein paar Sorgen bereitet. Beim direkten Draufschauen konnte ich keine Farbverfälzungen feststellen, neige ich aber den Kopf leicht nach rechts oder links, kann ich bereits an der gegenüberliegenden Displayhälfte leichte rosafarbene Verfärbungen ausmachen. Getestet habe ich diesmal einen Sitzabstand von gut 2 Metern. Die Blickwinkelstabilität ist beim QLED 75 sehr vom Sitzabstand abhängig, je näher ihr vor dem TV sitzt, desto wahrscheinlicher ist es, dass euch das zum Verhängnis werden kann. Werfen wir nun einen Blick auf den Upscaler. Hier liefert der QLED 75 eine überraschend gute Figur und zeigt, dass der Alpha 5 Gen 6 Chip durchaus seine Qualitäten hat. Voller dem Material wird sauber ins Ultra HD konvertiert und wirkt schön detailliert. Auch die Farbsättigung ist soweit gut, wirkt nur kalibrierungsbedingt etwas offside. Jedenfalls ist die Upscaler-Leistung für ein LED-TV dieser Klasse mehr als erhaben. Kommen wir nun zur Zwischenbildberechnung. Was eine Zwischenbildberechnung ist, habe ich euch in einem separaten Tech-Wissen-Video verpackt, welches oben in der Infobox verlinkt ist. Nun, die Zwischenbildberechnung von LG-TVs ist, egal in welcher Preisklasse, immer etwas mit Vorsicht zu genießen. Je günstiger die TVs werden, desto anfälliger wird die Zwischenbildberechnung. Ja, so auch beim QLED 75. Die Zwischenbildberechnung des kleinen QLED ist einfach eine Beleidigung. Bei einem Quellmaterial von 24 Bildern pro Sekunde, was einer klassischen Filmwiedergabe entspricht, liefert der TV eine sehr unsaubere Darstellung und verzerrt das Bild bei jeder sich ergebenden Möglichkeit. Einfach gruselig und völlig unbrauchbar. Schauen wir uns nun das Thema Gaming an. Seitens der Gaming-Ausstattung ist der QLED 75 nicht wirklich breit aufgestellt. Legentlich die Unterstützung für den Auto-Low-Laticy-Mode kann der TV verbuchen. Dinge wie 4K mit 120Hz, VR, G-Sync, FreeSync und HDMI 2.1 bietet der kleine QLED nicht. Auch Dolby Vision Gaming selbstredend nicht, da der TV von sich aus schon kein Dolby Vision unterstützt. So gesehen ein TV, welcher sich mit einer Nintendo Switch oder einer Playstation 3 oder Xbox 360 begnügt. Natürlich, er unterstützt auch HDR Gaming mit 60Hz und somit theoretisch im Minimum breit für eine Playstation 5, einer Xbox Series X als auch einem Gaming-PC. Letzteren vor allem dann, wenn jetzt keine Oberklasse oder High-End-Grafikkarte zum Einsatz kommt. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, was uns der QLED 75 so in Sachen Gaming-Leistung bietet. Nun, erwartungsgemäß liefert uns der QLED 75 hier jetzt nicht die Überraschung. Dennoch muss ich fairerweise sagen, dass er natürlich vor allem im HDR Gaming stark von der sehr technischen Limitierung beeinträchtigt ist. So ist er vor allem beim HGG-Mode hoffnungslos verloren und kann feine HDR-Highlights überhaupt nicht glaubhaft abbilden. Mit aktiviertem Dynamic Tor Mapping wird das Ganze sichtbar besser, aber auch hier mehr Lichtperformance kann er einfach nicht bekommen. Positiv zu erwähnen ist aber hier die Sättigung der Farben und ich rede jetzt nicht von der von mir kritisierten Abstimmung, sondern darüber, wie intensiv die Farben wirken. Der QLED 75 bleibt hier nämlich fair und versucht nicht mit einer übersättigten Darstellung zu blenden. Das spricht für ihn. Mit der von mir genannten kühleren Farbtemperatureinstellung könnt ihr vor allem fürs SDR Gaming mit einer Nintendo Switch Konsole durchaus sehr brauchbare Ergebnisse aus dem QLED 75 herausholen. Für ernsthaftes HDR Gaming ist aber der kleine QLED hoffnungslos untermotorisiert und hat keine Chance gegen einen AGB III OLED TV oder gar gegen den TCL QM8B Mini-LED TV. Letzterer wischt sowohl mit dem QLED 75 als auch mit dem AGB III gemütlich den Boden auf. Auf jeden Fall muss ich auch beim QLED 75 sagen, dass der Spieloptimierer eine hervorragende Ergänzung ist. Die Verbesserungen am Spieloptimierer sind für mich logisch und konsequent. Besonders gefällt mir, dass nun endlich die Schlüsselbildanstellungen direkt im Spieloptimierer eingestellt werden können und nicht mehr mühselig im anderen Untermenü. Sehr gut. Auch finde ich die bessere Schwarz- und Weisstabilisierung des neuen Spieloptimierers gut gelungen, welche nun die Bildqualität beim Gaming deutlich besser optimieren lässt und es sich somit noch mehr Bildqualität herauskitzeln lässt. Kümmern wir uns nun um die Audioqualität der internen Lautsprecher. Um hier gleich mit der Tür ins Haus zu fallen, im Gegensatz zu den 2023 AG-TVs mit Alpha 7 oder Alpha 9 Chip bietet der QLED 75 keinen Support für das DTS-Format und ist somit komplett beschränkt auf die Dolby-Formate als auch PCM-Stereo. PCM 5.1 als auch PCM 7.1 kann er ebenfalls nicht verarbeiten. Ein Umstand, welcher für mich einfach komplett unverständlich ist. Jedenfalls ist die Audioqualität der internen Lautsprecher überraschend ordentlich. Sowohl bei der Film- als auch bei der Musikwiedergabe liefert der TV einen schönen Tiefgang und klingt weniger blechernd als erwartet. Ansonsten kann er keine sonderlich hohe Lautstärke aufbauen, als auch bei 5.1-Signalen verlieren sich die Stimmen gerne im Hintergrund. Für das Nachmittagsfernsehen mehr als ausreichend beim Mehranspruch sollte schon über eine externe Lösung wie zum Beispiel einer Soundbar nachgedacht werden. Fazit Mit dem QLED 756R haben wir uns LGs aktuellen Einstieg in die eigene QLED-Welt angeschaut und uns damit gleichzeitig einen TV angeschaut, welcher auf Seiten der Ausstattung wirklich nur das absolut Notwendigste mitbringt, um als UHD-TV durchzugehen. Kann sich aber mit der QLED-Technik dennoch vom Low-BG-Segment absetzen. Nur reicht das aus? Ist der QLED 75 eine Empfehlung wert? Nun, bevor wir uns dazu eine abschließende Meinung bilden, sollten wir kurz zusammenfassen, womit wir es hier zu tun haben. Der QLED 75 ist ein TV, welcher mich vor allem mit seiner guten Verarbeitungsqualität als auch der Tatsache eines verbauten VA-Panels sichtbar überrascht hat. Vor allem durch das besagte Panel kann er für sich Dinge wie einen guten Schwarzwert als auch eine bessere Bewegungsschärfe als seine QLED-Oberklasse-Kollegen verbuchen. Mehr als überraschend. Leider wird dies durch die gruselige Edge-LED-Hintergrundbeleuchtung in der daraus resultierenden unterdurchschnittlichen Harder-Lichtleistung torpediert. Denn sind wir mal ganz ehrlich, trotz seines guten Dynamic-Torn-Mappings ist er einfach nicht als Harder-TV zu bezeichnen. Nicht mit der niedrigen Lichtleistung als LED-TV. Auch beim Gaming ist er seitens der Ausstattung überhaupt nicht zukunftssicher und beschränkt sich auf das absolut rudimentäre. 4K mit 60Hz und im Auto-Low-Latacy-Mode. Das war's. Immerhin liefert er mit aktiviertem Dynamic-Torn-Mapping beim HDR-Gaming ein wenig die Illusion, mit HDR zu spielen. Im High-GG-Mode kommt aber schnell Ernüchterung auf. Dies kompensiert er aber wiederum mit einer brauchbaren SDR-Gaming-Leistung, vor allem wenn die Farbtemperatur angepasst wird. Denn die Farbtemperatur ist jetzt nicht unbedingt seine beste Stärke. Mit einer viel zu rötlich-grünlichen Darstellung und dies bei allem Bildmodi liefert der QNED 75 leider ein sehr warmes Bild, was eine sichtbare Dynamik vermissen lässt. Hier kann zwar mit einer gezielten Farbtemperatureinstellung Abhilfe geschaffen werden, ist dennoch mehr als kritisch zu beäugen. Dies wird dann mit einem penetranten Color-Bending sowie einer sehr gruseligen Zwischenbildberechnung weiter in den Abgrund getrieben. Dafür kann der QNED 75 dies mit dem soweit gut performenden WebOS etwas abmildern. Auf jeden Fall, Fakt ist, für einen Preis von um die 650 bis 700 Euro in 55 Zoll ist der QNED 75 schlichtweg zu teuer, wenn ich dies vergleiche mit dem von mir vor kurzem getesteten TCL QM8B Mini-LED TV, welcher hier für gut 100 bis 150 Euro mehr an allen Fronten maßgeblich besser abschneidet, vor allem in Sachen HDL-Lichtleistung, Bildabstimmung und auch bei der Ausstattung an sich. Sicher in Sachen Materialqualität kann sich der LG definitiv abheben, aber leider reicht dies nicht allein für sich aus. Eine bessere Bildabstimmung ist eine Sache der Optimierung und die hat LG hier einfach verpennt. Von meiner Seite aus gibt es nur eine sehr eingeschränkte Kaufempfehlung. Wenn ihr ein TV für ein Gästezimmer sucht, kann der QNED 75 sicher eine Idee sein, aber auch das nur, wenn er die Preisgrenze von unter 500 Euro für das 55 Zoll Modell erreicht. Vorher gibt es genügend Alternativen aus dem Hause Hisense oder eben TCL. Ja und mit diesen Worten möchte ich nun mein Review-Video zum AG QNED 75 TV abschließen. Wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht und schreibt mir diese in den Kommentarbereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne TV-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!